hallo liebe leute und herzlich willkommen in heikes landhausgarten es ist wieder so weit es ist sonntag und es ist zeit für heikes landhausgarten video heute ist sonntag der dritte april ja und wie ihr seht ich begrüße euch schon wieder hier vom ofen aus ja ich sitze vor dem warmen ofen denn draußen ist es diese woche ganz ganz kalt gewesen nicht so richtig schönes gartenwetter nein wir hatten wirklich hier viel wind und regen und alles drum und dran und als ich am freitagmorgen aufstand und aus dem fenster guckte da war dann auch noch das heute freitag der erste april ich bin gerade mal aufgestanden schaue hier aus dem fenster und alles weiß es hatte in der nacht geschneit ja habe ich gedacht dann gehen wir vorne aus der haustür raus ja und wie es da aus war ja und dann habe ich natürlich überlegt was mache ich diese woche für ein video hin und her überlegt richtig viel im garten machen und zeigen das ging nicht weil das war so windig ihr hättet nichts verstanden ja und dann habe ich gedacht es ist ja trotzdem auch dass das wetter jetzt schlecht war viele schöne blumen die jetzt anfang april blühen und habe ich gedacht dann zeige ich euch jetzt mal in einem video welche frühjahrs blühe jetzt im april blühen ja die habe ich natürlich nicht alle in meinem garten und darum habe ich dann ein spaziergang oder mehrere spaziergänge durchs dorf gemacht und habe gefilmt was das zeug hielt und habe blumen und sträuche aufgenommen die jetzt im april richtig schön blühen schaut es euch doch einmal an um und Musik Musik Ja, liebe Leute, das war's. Das war das Sonntagsvideo aus Heikes Landhausgarten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein paar schöne Frühlingsblumen, auch in der etwas kälteren Jahreszeit, aber beklagen wollen wir uns nicht. Heute scheint schon wieder etwas die Sonne und wir hatten ja auch schon richtig schöne 14 Tage. Viel zu warm für den März, aber wunderschön. Ja, und jetzt machen wir eben halt so das Beste daraus. Wir fahren jetzt mit lieben, netten Nachbarn frühstücken nach Schloss Benkhausen. Eine Empfehlung, sehr leckeres Frühstück. Und ja, und dann lassen wir es uns jetzt erstmal gut gehen. Das wünsche ich euch auch und ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis nächsten Sonntag in Heikes Landhausgarten Video. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020